Wisst ihr was? Ich hab Bock. Wir machen noch eine folgende Session. Darum herzlich willkommen zurück zu SAO Fatal Bullet. Äh, Fatal Bullet. Ich wollte gerade Fatal Bullet sagen. Während diese eventuellen Kampf starten. Möchtest du wirklich starten? Ja. Kibito-kun, bist du? Papa, ich bin. Asuna und Yui. Jetzt kannst du die Tür öffnen. Papa! Yui, ich bin so glücklich. 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 Ich habe einen Satz von Papa. Wim? Ich sage nichts. Ich würde mir 3 Mal machen. 3 Mal machen? Ach so. Das ist ein family-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Ich habe auch alle Fähigkeiten. Ja, das ist toll, aber ich möchte einen schönen Tag. Ja, genau. Und dann, woher wir gehen? Es ist gut, dass es so schön ist. Es ist so schön, dass es so schön ist. Es ist so schön, dass es so schön ist. Es ist so schön, dass es nicht mehr in der Stadt. Es ist so schön, dass es so schön ist. Aber wir schauen uns erst mal an. Ja, ich bin nur noch ein paar Mal. Ich bin nur noch ein paar Mal. Ich bin sehr froh. Ich bin sofort. Ich bin derartig. Ich bin derartig. Ich bin derartig. Ich bin derartig. Oh. Ja, du kennst doch den Mann, oder? Ah, gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ich habe es schon gehört. Was war das? Ja, Junge, du kannst uns alle sprechen? Kannst du dir einen neuen Nebenquest erzählen, oder einen Neben-Story-Event, wo man eine Entscheidung treffen muss, wo es zwei Wege gab? Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Alles seinerzeit! Nein! Es war früher eine schöne Stadt, die hier sind. Aber jetzt ist es dieses Kind. Der Wasser wurde aufgerissen, und die Erde wurde verletzt. Die Stadt hat sich nicht verloren. Das ist auch das, was alle. Das ist das Geist. Er hat sich vor, die Wasser aufgerissen wurde. Ihr Kind. Kannst du den Geist und die Stadt zu retten? der wackeln ein paar machen wir doch was kräftest und daher war kein alter mann betrachte das praktisch als erledigt Äh, wieder zu... Wann lerne ich es endlich? Das wird so ein Rallying-Gag, dass ich zu früh drücke. Ein Riesenschleim. Toll. Das ist egal, Yui, das ging grad' ne AOE-Attacke. Ich denke, ich denke, es ist gut, dass ich in Steps stehe, wenn es gut ist. So ist es. Yui-chan, danke. Danke. Ich unterstütze Papa und Mama. Wenn Yui ist, ist es sehr gut. Okay, gehen wir. Ja, ja. Mama ist klar, ach du Scheiße. Boah. Das kann jetzt lustig werden, Leute. Boah, du Sackratte. Boah, du Sackratte. Boah. Wie mit dem Scheiß rumgespringen, aber das gibt ein paar E.P. Boah, ich bin echt lustig. Nee. So, jetzt lächelt sich das Feld langsam. Wow! Das wird erledigt. Das wird erledigt. Das wird erledigt. Das war mal eine Schlacht, oder? Das wird erledigt. 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 Das wird erledigt.